eine fragt was ist die schlimmste sünde im islam und falls du sie noch nicht kennst dann hör gut zu es ist sehr wichtig für dich er vergibt nicht wenn man ihm etwas beigesellt aber alles was darunter ist vergibt er wie mehr will das bedeutet automatisch für dich dass die das schirk dass du alles beigesetzt dass du ihn ablehnst oder im teilhaben was die größte und schlimmste sünde ist wenn du damit stirbst und ohne bereutsam damit steht danach so gar keine chance mehr dann ist vorbei dann ist das ist die schlimmste sünde das heißt ewiges feuer das ist nach unserer legion ist das so subhanallah deswegen meine geschwister mindestens sollte man versuchen zu praktizieren